Hallo und herzlich willkommen liebe Freunde zurück zu einer neuen Folge von Retro P gegen die ESL. Mein Gegner ist Martin Nu. Der ist Rang 2 derzeit, hat allerdings heute gegen ein Spiel gegen den lieben Aranel verloren. Falls ihr das wissen wollt, derzeit bin ich Rang 4. Soll heißen, wenn ich den schlage, ist meine Wahrscheinlichkeit aufzusteigen sehr groß. Ich weiß, dass er gegen Aranel verloren hat und da ich gegen Aranel schon gespielt habe, weiß ich auch gegen was er verloren hat. Und zwar spielt Aranel einen Divine Zoo Deck und einen Midrange Shami. Daher spielt der Typ entweder Miracle, das gegen Aggro schlecht ist oder nicht so gut oder Kontrolle und hat Pech gehabt. Das Problem ist, mein Control Incarnate Deck, was gegen Miracle gut wäre, ist nicht so geil gegen Heavy Legend Control. Und mein Drunken Fist Deck wäre nicht so gut gegen Aggro, wäre aber gut gegen Control, aber nicht gegen Miracle. Deswegen habe ich keine Antwort auf beides gleichzeitig und entscheide mich für den Divine Zoo, also dasselbe Konzept, mit dem Aranel schon gewonnen hat. Guck mal, was passiert. Wenn ich dann die erste Runde verliere, weiß ich immerhin, was er spielt. Wobei mich das bei der ESL ein bisschen ankotzt, dass der Gegner das Deck wechseln darf, mit dem er gewonnen hat. Er spielt selber einen Hexenmeister. Das könnte natürlich ein Handlock sein, ein Murloc Warlock oder ein... Zoolock. Nur überlegt, was für ein Deck spiele ich. Ein Zoolock Deck. Ja, doch, ich spiele ein Zoolock Deck. Ah, Leeroy ist eine ganz fiese Karte, um ihn von Anfang an auf der Hand zu haben. So, dann Zoolocken wir uns mal gegenseitig an den Kopf. Ich denke, ich spiele die junge Priesterin. Oder den Schildträger. Den Schildträger. Weil sonst coint er einfach nur eine weltliche Ängste und dann geht mein Schildträger ein. Das wird mir stinken. Coin? Coin Hero Ability wäre eindeutig. Zwei Minions. Coin Hero Ability. Ein Handlock Deck. Handlocks. Ja, ich glaube, er weiß schon, was passiert. Gegen das Handlock Deck würde ich gerne gleich das andere Deck ausprobieren. Handlock Decks sind natürlich echt gefährlich. Wegen Sunfury. Plus die beiden Mountain Giants. Aber kann ich jetzt nichts gegen machen. Außer Unchargen. Denn so funktioniert so ein. Zoo nun einmal. Keep Charging. Wie nur nicht zu früh auf zehn Lebenspunkte runterbringen, ist die Devise. Ich habe Leeroy auf der Hand und gegen den Handlock ist das ganz gut, weil der erlaubt mir Burst Damage, den ich sonst nicht hätte. So wehe, ich ziehe jetzt einen Minion, der zu teuer ist, um ihn zu spielen. Dann ist meine Agro ziemlich gestoppt. Defender of Argus. Das ist natürlich nice. Viel taunt. Sieben Schaden. Ach, neun Schaden auf dem Feld. Sechs Schaden auf der Hand. Hellfire. Ein Minion lebt noch, der Schaden machen kann. Er hat nur noch drei Lebenspunkte. Schalachrote Fanatikerin. Live-Tap. Wenn ich angreife, kann er im nächsten Zug... Er kann sowieso die Dingens spielen. Leerwandler. Ne, Fanatikerin. Das sind sechs Schaden. Das reicht nicht. Ich muss angreifen. Wenn ich nicht angreife, kann er im nächsten Zug... Also er kann jetzt eh... Er kann beide Giants spielen. Und die in den Taunt geben. Kann ich da was gegen machen? Ne. Wenn ich den nicht spiele, kann er nur einen Giant spielen. Aber ich mache im nächsten Zug nicht genug Schaden. Aber Soulfire würde gewinnen. Ich frage mich, ob... Ich mache das. Danke. Mountain Giant. Jetzt hat er keinen Mana für Molten Giant. Und kann den zwar spielen, aber... Da komme ich, glaube ich, irgendwie durch. Noch einen Schildträger. Das reicht nicht. Ein Flame Imp. Ich denke, ich spiele die einfach alle aus. Und fange an, mich durch das Ding durchzuhacken. Ich habe reichlich Taunts. Im nächsten Zug kann ich das Ding glatt machen. Und das Dumme ist, er hat... Also er hat jetzt einen Taunt gespielt. Das ist gut. Und er kann... Ah, wenn er jetzt noch einen Hellfire hat, kann er mein Board resetten. Und behält seinen Giant. Das wäre unangenehm. Ich hätte den da auch reinlassen... Ne, dann... Doch, ich hätte den da auch reinlaufen lassen sollen. Und dann hätte er Hellfire nicht spielen können. Ich frage mich, ob... Wobei, dann muss er seinen Giant opfern, wenn er das Board removen will. Das sei denn, er hat dazu auch noch eine weltliche Ängste. Was er nicht zu haben scheint. Oh, da kommt ein Hellfire. Was aber heißt, dass er nur noch 10 Lebenspunkte hat. Soulfire gewinnt. Ja. Hat er noch weltliche Ängste? Nein. Hat er Taunt? Hat er Taunt? Kein Taunt. Soulfire gewinnt. Kein Soulfire. Immer noch kein Soulfire. Dann hat er gewonnen. So einen Frust. Kann ich das irgendwie verhindern? Ne. Vielleicht. Weltliche Ängste. Weltliche Ängste in Soulfire. Dammit. Ein Handlock-Dank. Okay. Dagegen stelle ich gerne mein... Drunken Fist Paladin-Deck. Ah, try to topdeck Soulfire since I had Leroy since Turn 1, but didn't come. Das hat leider nicht gereicht. Schade, schade. Jetzt geht es an den Drunken Fist Paladin. Zeig uns, dass du auch ein Handlock-Deck schlagen kannst. Schaden machen kann er dem Deck nicht. Kein Stück. Was brauche ich gegen den Handlock? Ich brauche irgendwas, um die Giants zu killen. Ich brauche meinen Big Game Hunter. Und ich sollte definitiv alles andere abwerfen, was kein Big Game Hunter ist. Es kann natürlich sein, dass er jetzt einfach auf einen Aggro-Warlock-Gedeck gewechselt hat. Dann werde ich mich ärgern, dass ich heiliges Licht wegwerfe. Aber ich brauche schlicht und ergreifend gegen das Handlock-Deck die Big Game Hunter. Aber ich kriege sie nicht. Und den Schlamm spielen? Bäh. Gut, wenn er jetzt... Entschuldigung. Schon wieder. Ein Frosch im Hals. Okay, er spielt wieder einmal das Handlock-Deck. Und ich hätte, glaube ich, meine So-Drake halten sollen, um Handauflegung. Oder mein Kodo und hoffen, dass ich einen Aldo-Peacekeeper ziehe. Ich wollte den Schlamm nicht spielen, weil ihm mehr Schaden machen hilft, die mehr als mir hilft. Ich werde es jetzt vielleicht trotzdem tun. Damit ich den ersten Mountain-Giant töten kann. Hier. Eins, zwei, drei, vier. Und dann noch einen True Silver draufhauen. Dann ist der erste Mountain-Giant tot. Aber ohne meine Peacekeeper, ohne meine ganzen Kombos, wird das hier ein echt unangenehmes Spiel. Twilight-Drake. Eine Eule wird reichen. Und das Deck so, wie ihr befiehlt. Das Dumme ist, wenn ich ihn nicht... Er hat sowieso schon acht Karten. Er kann nicht viel mehr ziehen. Im nächsten Zug kann er noch einmal eine Karte ziehen. Ich werde ihn nicht hauen. Ich kann derzeit keine vier Giants handeln. Ich kann nicht mal einen. Ich kann gerade einen handeln. Gern geschehen. Das war ein Fehler. War es nicht. Ah, er kann die Eule killen. Das ist ärgerlich. Wenn der zweite Twilight kommt... Kommt er? Er kommt, der zweite Twilight-Drake. Und ich habe keinerlei Antwort auf den. Außer Equality. Spiele ich die? Nein. Definitiv nicht. Ich kann mir nicht erlauben, die Equality schon zu spielen. Was spiele ich stattdessen? Ich könnte meinen Brewmaster spielen. Oder ich spiele meinen Sunwalker raus. Ich denke, ich coine meinen Sunwalker. Der tradet erstaunlicherweise nämlich gegen einen Twilight-Drake. Verdammt. Ich habe gesagt, to the face. Aber ich darf auch to the face sagen. Weil wenn ich ihn jetzt niedrig genug kriege... Ich habe schon Equality Consecration auf der Hand. Ich warte quasi nur darauf, dass er mehr als zwei Giants spielt. Oh, er kriegt den Schild kaputt. Hat er ein Soul-Syphen in dem Deck? Möglich. Ich finde, Soul-Syphen ist eine witzige Karte im Handlock-Deck. Man spielt sie natürlich, um sowas wie den da loszuwerden. Aber man kriegt Lebenspunkte. Das zerstört ja voll die großen Giants. So. Theoretisch müsste sich das Deck gegen die Handlocks halt gut schlagen. Aber ich habe keinerlei Antworten gezogen. Jetzt habe ich zwar zwei. Aber damit die sich lohnt, müssen auch wenigstens drei Giants... Eigentlich zwei Giants... Zwei bis drei Giants auf dem Feld sein. Er könnte noch einen spielen. Er könnte einen Mountain-Giant spielen. Weltliche Ängste, damit der Schild weggeht. Hit und dann nochmal weg. Die Flander of Argus, das geht natürlich auch. Ach, ich habe leider nur eine Eule. Äh... Ah! Ruchloser Unteroffizier. Mein guter alter Kumpel. Damit kriege ich den schon mal klein. Jetzt habe ich die Möglichkeit, einfach einen True-Server zu spielen und den da zu killen. Ich denke, das mache ich auch. Ich könnte auch meinen Brewmaster spielen, den zurückholen. Aber dann habe ich nicht genug Mana für einen... Für einen Dude. Und das wird mir stinken. Habe ich sowieso nicht. Ich hätte ihn mir, glaube ich, holen sollen. Hätte ich eine Chance gehabt, Big Game Hunter im nächsten Zug zu topdecken. Er live tappt. Kann es sich ja erlauben. Ich gebe dem gleich Lebenspunkte, wenn das... Oh, er gibt sich selber Lebenspunkte. Verena. Ah, und da ist die Kombo. Hau ich ihn überhaupt? Ich glaube, ich haue ihn. Jetzt kann ich zumindest einen Giant locker handeln. Ich kann gerade auch nichts ausspielen. Also haue ich das da. Moment mal, das ist total dämlich, was ich gerade vorhabe. Mein Problem sind Giants. Ich habe einen Big Game Hunter. Ich habe zwei Brewmaster. Und ich überlege, ob ich den Giant weglegen... Äh, ob ich vielleicht... meinen, ähm... Abuse of Sergeant weglegen will. Was soll der denn spielen? Der hat beide Twilight Drakes verschossen. Da kommen nur noch Giants aus diesem Deck. Und ich kann schon zwei abschießen. Und wenn er zwei gleichzeitig spielt, schieße ich die auch ab. Einer. Und jetzt wird er feststellen, dass dieses Deck... einem... Warlock... So was von schnell, den gar einem Handlock... So was von schnell, den gar ausmacht... Macht er gar nichts gegen. Das Dumme ist, wenn er das Deck wechselt, was viele ja da machen... Könnte er ein Aggro-Deck wählen. Und bis jetzt hat dieses Deck noch kein Aggro-Deck geschlagen. Es ist echt gut gegen Controller. Controller ist ein super Wort, habe ich mir gerade ausgedacht. Aber not so much against Aggro. Ich habe keine Zeit für Spielchen. Das ist schön, dass du... Sie hat keine Zeit für Spielchen. Hm. Habe ich Zeit für Spielchen? Ich meine, ich könnte sie einfach töten. Ich könnte sie mit dem Black Knight einfach töten. Aber dann... Hm. Hm. Tja, ich denke, ich töte sie einfach. Und das, was er klaut, töte ich danach auch. Das Bessere fällt mir gerade nicht ein. Oh, mein Arme Abusive. Äh... Lay on Hands oder Summon Dude? Ah. Lay on Hand. Ich habe nicht meine... Oh, der zweite Großwildjäger. Damit können wir das Ganze schon GG callen. Er kann beliebig... Er hat nur noch zwei Giants. Drei Giants hat er noch. Und ich kann alle drei beantworten. Vor allen Dingen habe ich eine gute Antwort auf seinen Double-Giant-Zug. Der... Vincent Watcher. Er könnte jetzt zwei Giants spielen. Hat er eine Eule im Deck? Oder warum macht er das, was er da macht? Tom. Doppel-Giant. 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 Mein Schild für Argus. Oh. Ich denke, ich beantworte das trotzdem mit... Pyromancer-Equal... Nee, mit Consecration. Nee, das ist der Pyromancer nutzlos. Ich kann das mit... Nee, das ist sinnlos. Doppel... Hm. Doppel-Equality ist doof. Ich spiele einfach den Black Knight. Aber will ich den bouncen? Nee. Niemand kommt an mir vorbei. Ich warte ja eigentlich nur auf seinen großen Zug, damit ich den kontern kann. Also mache ich den hässlichen kaputt? Nee, ich mache den da kaputt. Der kann auch angreifen. Der andere... Pfff... Macht mir jetzt zwei Schaden pro Zug. Ich habe noch einen Holy Light im Deck. Den werde ich schon irgendwie los. Spiele ich meinen True Silver aus? Ich glaube nicht. Melde mich zum Dienst. Nee. Weiter geht's. Black Knight. On the Field. Ich habe auch noch einen Abusive. Aber er hat halt noch drei Giants im Deck. Ich lasse mich hier nicht stressen. Bis er seine drei Giants nicht gespielt hat, spiele ich meine Kombo nicht aus. Man soll schon beide Molten Giants spielen. Dann denke ich darüber nach, meine Kombo zu spielen. Handlock ist ein bisschen primitiv. Es gibt vier Giants, dann ist das Handlock-Deck vorbei. Dann gibt es vielleicht noch ein paar Legendaries. Ein Lord Jaraxxus, wenn es ganz ernst wird. Ich kann meine Belusive Sargent auch benutzen, um das da zu killen. Fällt mir gerade ein. Den da reinlaufen lassen. Kostet mich mal einen Black Knight, aber... Ich glaube nicht, dass ich den brauchen werde. Mit zwei Big Game Huntern auf der Hand. Big Game Huntern. Da kommt der zweite Giant. Der dritte Giant. Und? Den vierten Giant hält er sich auf der Hand zurück. Nachvollziehbar. Und dann soulfired er meinen Black Knight. Und verliert seinen Großwildjäger. Bitte. Ach ja. Weißt du was, Warlock? Das hier ist ein Pyromancer. Der hat einen Freund. Den hier. Gut gespielt. Danke. Das war einfach. Ich hätte auch mal einen True Silver spielen können und ihm ins Gesicht schwingen. Es gab keinen Grund dagegen. Ich habe lethal im nächsten, wenn ich den gespielt. Damit. Aber ich glaube, ich habe auch so lethal. Er kann nichts mehr taunt geben. Kodo. Go Kodo. Aber erst zählen wir, ob ich diesmal nicht wieder lethal übersehe. Wir machen drei Schaden. Wir machen sieben Schaden. Natürlich haben wir lethal. Und rums. Und rums. Und rums. Bäm, lieber Martinu. Hier geht der drunken Fist, Pali. Niemand kann mich verhören. Can't stop me now. Wenn er jetzt das Miracle Rogue Deck auspackt, verliere ich. Ja, das ist jetzt die Überlegung. Wenn er das gleiche Deck nochmal nimmt. Ich sehe meinen Kontrollkrieger dagegen nicht gewinnen. Also eigentlich schon. Aber dafür muss ich richtig viel Rüstung kriegen, bevor er soweit ist. Ich würde, wenn ich das drunken Fist Deck gesehen habe, ein Miracle Rogue auspacken. Keine Sonne mit diesem Deck gegen einen Miracle Rogue. Ich sehe da einfach nicht viel Hoffnung. Das Deck kann nicht so viel Schaden tanken. Er hat zwar ein paar Taunts, aber... Das heißt, ich würde an seiner Stelle ein Miracle Rogue auspacken. Dagegen wäre mein Control Incarnate Deck natürlich die perfekte Antwort. Allerdings ohne Garage eigentlich nicht so sehr. Versuche ich nochmal das Pali-Deck. Weil wenn er das Deck nochmal spielt... Hm. Ich brauche die Schildblocks, damit ich die Dinger killen kann. Ich versuche es nochmal mit dem Pali-Deck. Das ist fair. Endlock-Decks sind sicherlich nicht schlecht, aber... Äh, packt ein Shami aus. Witzig. Aber auf Shamis habe ich Antworten. Gegen einen Shami will ich Bord Clear haben. Heiliges Licht vielleicht? Nein. Gegen einen Shami will ich Bord Clear haben. Pyromancer Consecration, um die Minions mit drei Lebenspunkten zu töten. Ich will meinen Abusive Sergeant haben, um die Feuerelementare zu töten. Das ist alles, was ich haben will. Ich kriege schon mal die... Ah, Equality Consecration Combo von Anfang an auf der Hand. Das ist großartig. Schauen wir mal, wie sich das Deck gegen einen Shami schlägt. Er kennt jetzt einige Karten aus diesem Deck. Aber längst nicht alle. Ein Braumeister, also so Drake. Für Kartra, falls ich welchen brauche. Mal schauen. Okay, ein Totem. Kommt, 1-1 Totem. Ja. Damit kann er nämlich nichts anfangen, außer meinen Dude Clearen. Friedensbewahrer ist natürlich auch super. Friedensbewahrer. Klappt gegen vieles. Und mit Kodo zusammen ist es einfach nur großartig. Aber Kodo habe ich schon mal beim letzten Mal... Weiß ich nicht, habe ich das im Livestream nur erwähnt? Oder auch hier? Kodo gegen Shami. Naja, frisst halt ein Totem. Ist nicht so geil. Ob wenn Shami und... Ah, die Agentum knappe. Dass einer mit Blood Knight ist? Ich habe keinen Big Game Hunter auf der... Ah, ist egal. Ich habe einen Friedensstifter auf der Hand. Zack, er tradet. Der Schwarze Ritter. Spiele ich was? Einzige, was ich spielen könnte, wäre Pyromancer. Random irgendwas. Aber ist sehr unnötig. Ich stütze das aus, bis er wenigstens Feral Spirits. Und im besten Falle ein Flametongue spielt. Dann spiele ich meinen ersten Board Clear. Und hoffentlich... Und werde er halt gleichen. Also Drag Coin. Ist ein guter Coin. Auch wenn er nicht ganz so geil ist, weil der Gegner da einen Spellpower Totem liegen hat. Was natürlich heißt, dass er das einfach... Ähm... Ein Yeti. Und hittet er das Ding? Tut er. Ein Großwildjäger. Der hilft mir gerade nicht. Ich denke, dann spiele ich doch keinen Coin, sondern... Na, ich spiele schon den Coin, aber anders. Wir kontrollen den Yeti. Und coinen den Brewmaster. Er kann ihn einfach killen, aber... Finde ich unproblematisch. Ist ein 1 zu 1 Trade. Und ein Yeti, der keinen Stress mehr macht, ist ein Yeti, der keinen Stress mehr macht. Steht im Lexikon unter Y. Frag mich, ob das ein Kampfhaus-Schamane ist. Die sieht man selten. Aber die gibt es. Ähm... Ich hätte gerne einen Schlamm. Das wäre Wunderschlamm. Äh... Schön. Aua, mein Gesicht. Das waren zwei Damage. Wie soll ich die denn verkraften? True Silver Champion. Ich könnte anfangen, mich durch seine Minions zu metzeln, aber ich kann auch einfach nur so Drake spielen und chillen. Einen Sunwalker. Ich will mich nur durch seine Kacke durchkontrollieren, bis er anfängt seine... Er kann kein Feuerelementar spielen. Das ist aber klassischer Anfängerfehler, lieber Martinu. Zug 5 spielt man doch keinen Overload. Dann kann man ja Zug 6 keinen Feuerelementar spielen, womit du dem Gegner kommunizierst, du hast gerade gar keinen. Nee, nee, nee. Ich meine, ich habe schon halt eine Quality Consecration Combo auf der Hand. Das ist großartig. Wenn er den so Drake am Leben lässt, was äußerst unwahrscheinlich ist, kann ich im nächsten Zug auch mal einfach mal eine Consecration ohne Equality spielen. Weil ich habe ja auch schon Pyromancer Equality auf der Hand. Was eigentlich alles ist, was ich mir gegen den Schamanen wünsche. Auch, dass er mir keinen Schaden macht, ist äußerst hilfreich. Oh, haut er denn so, Drake? Spielt er in den Minion? Na, Rockbiter Weapon. Das funktioniert. Ist aber ein 1 für 1 Trade. Komme ich mit klar. Ich hätte gedacht, dass er sich selber Rockbiter hat, aber wenn er meint. Ruchloser Unteroffizier ist gut, weil ich habe schon meinen Big Game Hunter. Das heißt, so viel wie ich werde durchaus den ersten Feuerelementar los, den er spielt. Ich spiele das total entspannt gegen den Shami. Dieses Deck ist überhin total entspannt. Ich sollte es den Marihuana-Paladin nennen. Das ist ja schon zum Einschlafen entspannt. Ein Frog. Naja. Dann eben ein Frog. Und da ist das Totem. Was ärgerlich ist, weil meine Spellpower gerade weg ist. Wie machen wir das? Das Ding muss weg. Oh, Hammer of Roughness scheinbar. Weil soll ich was anderes spielen, als das Notwendige? Hammer of Rough! Hm, zweiter Pyromancer. Das ist ziemlich gut. Ich muss nur kurz einmal zählen. Ich habe neun Karten auf der Hand. Das heißt, wenn zwei Pyromancer, spiele ich im nächsten Zug einen Pyromancer plus Consecration. Um... Also, nicht auf jeden Fall, aber eventuell. Wenn er irgendwas spielt. So Drake. Dagegen funktioniert das nicht. Brauche ich eventuell doch schon Pyromancer Equality. Auch wenn das kein geiles Board ist, um es mit Pyromancer Equality zu tun. True Silver Champion Nummer 2. Tja. Ist echt kein geiles Board, um es zu removeln. Aber mir fällt gerade keine bessere Antwort ein. Wenn ich 10 Mana hätte, hätte ich einfach Black Knight plus True Silver gespielt. Aber habe ich nicht. Also... Ist echt ziemlich ungeil. Aber das nur so machen, klappt halt einfach nicht. Pyromancer Consecration macht nicht genug Schaden. Consecration ohne irgendwas. Das geht. Ein True Silver Champion hinterher. Aber ich habe nur eine Consecration. Habe auch nur eine Equality gerade. Ja. Wir spielen das. Normalerweise würde ich das nicht tun. Im Gegner ins Gesicht hauen mit dem Drunken Fist Pali. Ich mache es jetzt auch nur, weil ich zwei True Silvers habe. Und es sehr ärgerlich wäre, wenn er den einfach mit Harrison Jones spielt. Und dann Kartenvorteil kriegt. Derzeit habe ich sieben Karten gegen meine sieben. Das ist okay. Aber wir müssen das nicht ändern, dass das okay ist. Und noch ein Yeti. Kann ich doch gar nicht killen mit dem True Silver. So ein Ärger. Hey, ein Schlamm. Das war eine schöne Waffe. Solltest du häufiger spielen. So, der Yeti kann zwar den Schlamm töten, aber dann tötet der True Silver den Yeti. Ende von Gecko. Ich könnte den jetzt also Peace Keepern, aber ich glaube, das ist unnötig. Vor allen Dingen, da ich derzeit keinen Brewmaster habe und das ist mein letzter... Ne, das ist der erste Peace Keeper. Ich habe noch einen zweiten. Kann nicht zählen. Ich kann nicht zählen. Mein großer Schwachpunkt. Er spielt seine Feuerelementare einfach nicht aus. Und gleich viele Karten im Deck. Er hat sieben Karten auf der Hand. Ich habe sieben Karten auf der Hand. Er hat eine Karte auf dem Feld. Ich habe anderthalb Karten auf dem Feld. Aber seine eine Karte ist so gut wie meine anderthalb. Insofern ist das egal. Das ist echt spannend, dieses Duell gegen den Shami. Ich kann mir echt vorstellen, wie er gegen Aranel gespielt hat. Warlock gegen Warlock. Aranel spielt seinen Zoo. Er spielt seinen Handlock. Gewinnt. Ah. Ich warte noch auf das zweite Mana-Teil-Totum. Rockbiter-Weapon. Um den zu töten. Ja schon, aber... Wenn du keinen Schlamm hast... ...ist das da eine ziemlich tote Karte. Aber dann spiele ich den Aldo-Peacekeeper. Vor allen Dingen, da ich jetzt gerade den zweiten getoppteckt habe. Das da muss weg. Da kommt der Aldo-Peacekeeper. Und... ...dann einfach nur ein Recruit. Normalerweise spielen Shammis nicht so viel taunt. Vielleicht Defender of Argus. Aber... Dafür reicht mir schon genug Begründung, für einen schwarzen Ritter auf der Hand zu sitzen, glaube ich. Unda und Elemental. Der stirbt nicht gegen Consecration. Oh, Gewittersturm. Zwei, 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 zwei. Ich weiß, du kannst es schaffen, eine Zwei zu würfeln. Dammit. Hm. Unbound-Elemental, der größer ist, als dass ich ihn killen könnte. Consecration. Das Pyromancer würde den nicht grillen. Heiliges Licht. Tja, ich glaube, da muss ich den sauren Apfel beißen, weil das Ding da weg muss und Pyromancer nicht spielen, aber Consecration plus Truesilver. Das Ding... ...nicht cool. Die Alternative ist... ...ein bisschen noch warten, bis ich den buffen kann. Aber ich glaube, ich möchte nicht gegen so ein Board weiterspielen. Das ist mein zweites Board-Kleer-Kombo. Ich habe dann nur noch eine Equality-Pyromancer-Kombo und eine Consecration im Deck. Aber es ist das Beste, was mir gerade einfällt, um den da loszuwerden. Wenn er jetzt, äh, Feral Spirits und sowas raushaut, sieht das hier ziemlich finster aus. Ich meine, Feral Spirits kann ich killen mit dem Black Knight. Ja, aber... ...nicht mehr mit der zweiten Hälfte der Truesilver-Champions. Okay, er zieht keinen Torntotum, das ist schon mal schön. Und er tötet natürlich meinen Rekruten, weil niemand mag Rekruten. Er macht nichts. Eine Eule! Eine Eule ist gut. Eine Eule macht das Manatei-Totum nämlich kaputt. Ähm, tatsächlich finde ich Wild Pyromancer heiliges Licht ist natürlich keine echte, gute Kombo oder so, aber man könnte sie spielen. Kurz überlegt, ob ich jetzt den Black Knight endlich aufs Feld lege. Einfach, um was auf dem Feld zu haben. Wir tuckern hier ja vor uns hin. Zwölf gegen zwölf. Decker hat tatsächlich ein Duell gegen den Shami verloren, wenn ich mich recht erinnere. Äh, das Ding schon wieder. Kodo! Rette mich, Kodo! Kodo würde mich überhaupt nicht retten. Äh, was rettet mich denn hier? Irgendwie so gar nichts. Ich kann das Ding silencen, damit es mir nicht so viele Gegner beschwört und dann mit der Eule das Ding wieder auf meine Hand zurückholen. Äh, mit dem Brewmaster. Ich glaube, das ist ein Plan. Die Alternative ist jetzt endlich in Black Knight aufs Feld zu hauen. Es geht sogar beides. Das Ding da, wenn das anfängt, Viecher zu pumpen, jetzt den Black Knight tatsächlich spielen. Black Knight gegen so gut wie nichts. Einfach nur, um Toten zu zerstören. Und Bordpräsenz zu haben. Die einzigen Thorns, die Druiden spielen, sind und bleiben nun einmal die Totems und die Feral Spirits. Beides wird er spielen. Und Feral Spirits sind schwieriger zu kontrollieren, als mir angenehm wäre. Aber nichts auf dem Feld habe. Meistens kriege ich Dresche. Go Black Knight. Das ist eine Beschissenheit, Black Knight, aber... Braucht Bordpräsenz. Die Eule ist gegen den Shami ziemlich wichtig. Wegen der Totems. Es sieht nicht schlecht aus, muss man dazu sagen. Elf gegen elf. Fünf gegen sechs. Sieben. Ich habe ungefähr eine Karte, zwei Karten Vorteil, Lebenspunkt Vorteil und meine Hero Abilities weniger kontextabhängig. Weniger kontextabhängig. Weniger kontextabhängig, könnte man sagen. Und wenn er nicht viel macht, dann kann der Black Knight die da umhauen, ohne zu sterben. Das wäre ziemlich okay. Auch wenn das mein Reckless Rocketeer... Na, darf ich nicht. Ich darf mein Reckless Rocketeer, ich meine natürlich meinen ruchlosen Unteroffizier, darf ich nicht spielen, ohne die Feuerelementare. Ein Flametongue-Totem. Er killt meinen Black Knight und meinen kleinen. Fies. Na, ne. Quality Pyromancer-Kombo. Die nützt mir ja wohl gerade gar nichts. Tja, ich glaube, ich hau meine Eule wieder raus. Und beschwöre einen Rekruten. Er kann mit dem da die da töten, aber der tötet dafür den Dänen. Es sei denn, jetzt kommt ein Porn-Totem. Which does not happen. Ich hätte auch einfach Pyromancer Holy Light spielen können. Bin ich blöd. Das hätte funktioniert. Wie sau hätte das funktioniert. Naja, mal gucken. Vielleicht reicht das ja sogar. Pyromancer Holy Light. Best Kombo ever, apparently. Erdschock auf die olle Eule. Um seinen Viech zu beschützen. Wenn ich ein Bounce spiele, äh, ziehe, spiele ich das. Einfach um, äh, den Damage wegzukriegen. Das ist kein Bounce. Kriege den Damage mit dem Peacekeeper weg. Aber wie erbärmlich das wäre. Holy Light will ich noch nicht spielen. Schlicht und ergreifend wegen dem Pyromancer, der auf der Hinterhand sitzt. Wenn er ein Board aufbaut, kann ich das mit zwei Spells clearen. Also ein Board aus Totem wieder aufbaut, kann ich das mit zwei Spells clearen. Da kommt der Feuerelementar. Da habe ich doch drauf gewartet. Man-Handles meinen... Ach. Au. Pyromancer Consecration würde nicht aus... Moment mal, würde das schon ausreichen. Wäre nur komisch. Aber ich glaube nicht, dass ich das will. Ich denke, Abusive Sergeant. Und... Big Game Hunter. Hit. Und... Dude. Mir fällt gerade auf, dass ich ein Equality Consecration Combo auf der Hand habe. Ich hätte durchaus meinen Pyromancer mit Holy Light spielen können. Damn it. Retro. Denken, bevor du spielst. Vor Doomhammer. Wo ist mein Schlamm? Den habe ich leider schon gespielt. Das ist echt ärgerlich. Der kann 10 Schaden machen. 11 Schaden kann er mehr machen in diesem Zug. Er hat kein... Dass er kein Healing Totem bekommen hat, ist sehr gut. Wie viele Minions mir gleich sterben bei dieser... Na gut, vielleicht tötet er meine Minions auch vorher, bevor er... Auf jeden Fall tötet er meinen Big Game Hunter. Den mag er nicht. Nachvollziehbar. Er hat ein Feuerelementar getötet. Und der Großwild hier sogar so. Ja, aber meine Kugeln waren auch eigentlich nicht dafür gedacht, Elementare zu töten. Den tötet er auch noch. Tötet er noch einen mit dem? Wenn nicht, kriege ich das... Die Reste von dem gammeligen Flametongue Totem weg. Yep. Faceless Manip hilft mir gerade nicht. In den Kampf! In den Kampf! Kriege ich nicht. Ich hätte das Spell-Power-Totem wegkriegen können. Mehr aber auch nicht. Äh, ich denke, ich heile mich. Es wird hier zu... zu brenzlig für meinen Geschmack. Dann sammle ich ihn tot und alles wird gut. Ich hab noch einen kompletten Bord-Clear auf der Hand. Das muss ja wohl für irgendwas stehen. Im besten Falle spielt er einfach eine Legendary und das Spiel ist gelaufen. Im besten Falle spielt er Ragnaros. Ragnaros wäre einfach... Ja, du hast verloren. Du hast Ragnaros gespielt. He who blinks first loses in this game. Kein 1-1-Totem. Brav. Was hab ich noch in meinem Deck? Ich hab noch ein paar Brewmaster. Ich hab keinen Black Knight mehr, was mich ziemlich ankotzt. Und vor allen Dingen verliere ich gegen Alakir. Ich hab keinen Sunwalker mehr. Ein Brewmaster. Hau ich den einfach aufs Feld, um irgendwas auf dem Feld zu haben? Ich kopier mir... Das mach ich hier. Wurscht. Wenn der einen Alakir hat, zieh ich in diesem Duell den Kürzeren. Allerdings hab ich eventuell lethal im nächsten... Ich hätte den Ancient Brewmaster kopieren können und ich hätte lethal im nächsten Zug. Verdammt. Er hat schon Rockbiter zweimal verbraucht, kann das sein? Nix mit Alakir, Rockbiter. Mit einem Rockbiter hat er den getötet und mit dem anderen Rockbiter... Oh oh. Blitzschlag für fünf. Aua. Ich hasse dich. Nein! Ein Kampfrauschami! Ich fasse es nicht. Ah! Ich hätte Consecration spielen müssen. God fucking Dammit. Ich hab drüber nachgedacht, was ist, wenn das ein Consecration Scham... Äh, wenn das ein Blutrausch Schamane ist. Was ist, wenn das ein Blutrausch Schamane ist? Hm, die Antwort war einfach. Ich sterbe. Ich hätte meinen Pyromancer nicht spielen sollen. Das ist, wenn es ein Blutrausch Schamane ist. ... Ich möchte mal was erleden sein. Das ist ein Blutrausch Schamane. Blutrausch Schamane sein. Was ist denn da? Was ist das der Blutrausch Schamane? Mein Place, Blood Rage Ah, Sonnenfrust Naja, damit steige ich wieder ein paar Plätze ab Und damit habt ihr Glück Denn das heißt, morgen werde ich noch ein paar Runden spielen Ich bin zwar immer noch unter den besten 8 Aber es steht zu befürchten, dass Wenn ich nicht nochmal gewinne Das nicht ausreicht Was ich an Punkten habe Insofern brauche ich auch nicht mein neues Deck zeigen Ich habe es euch ja auch schon gezeigt Ich habe nur nichts dazu gesagt Aber wie gesagt, es wird verlinkt sein Und ich werde vielleicht zu diesem Deck ein Video machen Denn das finde ich durchaus ziemlich witzig Ich bedanke mich fürs Zusehen Ärgere mich eine Runde, dass ich da nicht einfach Consecration gespielt habe Oder mal zwischendurch mein Lay on Hands getop deckt habe Und sage, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder Ciao, ciao